Wenn zum Beispiel in Ostheim, sagen wir mal ein junger Mann, findet eine junge Frau nett, dann geht er nicht zu ihr hin und sagt irgendwie, ja, hallo, deine Augen sind wunderschön, kann ich deine Nummer haben? Oder diese geilen Sprüche so, hast du dir wehgetan, als du vom Himmel auf die Erde gefreinst? Nee, in Ostheim läuft das ein bisschen anders, weil da ist es so, da gehst du so als Mädel über die Straße und dann hörst du hinter dir plötzlich, Drehst du dich um, ist ein achtjähriger Junge?